Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Es gibt einen neuen Trailer von Call of Duty und wir schauen uns die ganze Sache einfach mal an. Wie man sehen kann, sieht man eine neue Waffe und eine bis zwei neue Maps. Die ganze Sache wird wahrscheinlich im nächsten DLC enthalten sein, mit einer kleinen Besonderheit. Alle Leute, die den Season Pass haben und auf der Xbox spielen, die bekommen die Waffe schon früher, vielleicht sogar schon morgen. Das heißt, am Ende von diesem Clip steht ja, morgen gibt es Neuigkeiten für alle Leute, die eben auf der Xbox spielen und den Season Pass haben. Das Besondere an der Waffe ist letztendlich, dass es eben zwei verschiedene Modis gibt. Und nicht wie irgendwie bei einem Sturmgewehr, dass man eben im Einzelschussmodus und im Mehrschussmodus schießen kann. Nein, es gibt eine Option, um letztendlich eben von einer SMG zu einem Sturmgewehr zu wechseln. Was sich letztendlich an den Kugeln und so tut, weiß ich nicht, aber was man auf jeden Fall ganz klar sieht, man bekommt ein neues Scope und kann dann einfach mit dem neuen Scope weiterspielen. Die Maps an sich oder die eine Map an sich wird wahrscheinlich auch im nächsten DLC enthalten sein, da müssen wir einfach mal gespannt sein. Und letztendlich gibt es eben morgen neue Informationen. Die Waffe an sich wird ziemlich sicher The Ripper heißen, das heißt, das ist ein Name, der schon vor einigen Tagen geleakt worden ist. Bis jetzt konnte man den irgendwie nur noch nicht zuordnen. Jetzt wissen wir aber, dass es wahrscheinlich diese Waffe ist. Im Trailer an sich steht jetzt nichts und ich bin mir auch nicht sicher, ob Infinity Ward irgendwie was dazu geschrieben hat. Aber dieser The Ripper Begriff, der ist eben schon im Raum geschwebt, als letztendlich eben dieses erste Mikro-DLC für Call of Duty Ghosts geleakt worden ist. So viel jetzt dazu. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Außerdem ist es natürlich so, dass ihr gerne meinen Kanal abonnieren könnt, falls ihr weiterhin Call of Duty Ghosts News sehen wollt. Und noch ein ganz kurzer Hinweis, nein, das ist nicht das Gameplay, das Drifter bekommen hat, der hat sich dazu schon auf Twitter geäußert. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.